Josef Goka war ein tschechischer Architekt und Stadtplaner. Er gilt als einer der Protagonisten der modernen tschechischen Architektur. Goka studierte unter anderem bei Jan Koterer in Prag. Seine Bauten waren zunächst vom Kubismus geprägt, bevor er sich einer spezifisch tschechischen Stilrichtung dem Rondokubismus zuwandte. Ende der 20er Jahre nahmen seine Bauten funktionalistische Formen an, ohne dass er einer der Puristen dieser Stilrichtung wurde. Insbesondere der Stadt Radekralove hat Goka als Stadtplaner und Architekt seinen Stempel aufgedrückt. Goka übte nicht nur durch seine architektonischen Werke, sondern auch als Hochschullehrer großen Einfluss aus. Von 1932 bis 1937 war er Vorsitzender des Kunstvereins Manes. Werke, Betontreppe bei der Marienkirche in Radekralove, Haus zur Schwarzen Mutter Gottes, Badeanstalt in Bodeinsch, Bank der tschechoslowakischen Legionen in Prag, Anglo-Tschechoslowakische Bank in Prag, Bebauung des Masarykowonemsti in Radekralove, Haus der wirtschaftlichen Volkskultur in Prag, Ausstellungspavillon der tschechoslowakischen Republik auf der Exposition Internationale des Arts Decorationes Industriels Modernes in Paris, Schulkomplex am Tülovona Brezi in Radekralove, mehrere Villen in der Siedlung Baba in Prag, Palak Phoenix Funktionalistisches Bürogebäude der Phoenix Versicherungsgesellschaft am Wenzelsplatz in Prag, St. Wenzelskirche in Prag vs. Wice, Bethaus HL, Ambrosius in Radekralove, Wettbewerbsentwurf für die Staatsgalerie in Prag, Wettbewerbsentwurf für die Pensionsanstalt in Prag, Jaros Guftum in Kralovopole, Brünn, Pavillons und Villen in Lassne-Bodeinsch, Bilder. Punkt, 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 Punkt